Hallo, grüß euch aus dem Kohlerhof. Ihr werdet es nicht glauben, aber es schneit voll toll bei uns. Wir haben es so schön im Zillertal. Wir haben tollen Schnee. Wir können super Ski fahren, rodeln oder Spaß haben mit den Kindern. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Busserl an alle Freunde vom Kohlerhof. Und jetzt haben wir noch ein paar nette Impressionen für euch. Genießt es. Busserl. Tschau. Musik